Hallihallöchen meine Freunde, ich melde mich jetzt hier nochmal ganz kurz aus dieser Perspektive mit der guten Kamera. Jetzt gleich wird das Video starten und ihr habt es euch auf Instagram so gewünscht. Ich soll ein peinliches und unprofessionelles Video machen und ja, das folgt jetzt dann sofort. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eigentlich nur noch viel Spaß und ihr werdet es sowas von gut finden. Das sag ich euch jetzt schon mal. Okay, viel Spaß. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Let's Play Minecraft. Also wir drücken hier direkt mal auf Spielen. Bevor ich aber spiele, muss ich natürlich noch meine Tastatur desinfizieren, weil wir haben ja Corona. Und mir ist es komplett egal, dass ich die dadurch kaputt mache, weil ich bin jung und dumm und keine Ahnung. Ich bin 14 und ich bin gerade im Stirnbruch. Und ja, genau. Oh, was nass war. So, und wir machen jetzt einfach mal eine neue Welt. Ich weiß zwar nicht, ob ihr mich sehen könnt. Die nennt sich Neue Welt. Wir nehmen Überleben. Aber wir machen Cheats an, weil wir wollen ja auch, dass... Wir wollen ja auch, dass wir in Kreativ gehen können. Boah, lade doch schnell in der Welt. So, dann hocke ich mir mal meine Kopfhörer auf, damit ich besser sehen kann. Äh, äh, damit ich besser hören kann. Und wir bauen jetzt einen Holzblock ab. Wir bauen noch einen Holzblock ab. Und noch einen Holzblock ab. Und wir versuchen jetzt so schnell wie möglich Diamanten zu finden. Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Wir brauchen nur Diamanten. So, ich habe da ein Tutorial bei Konkraft hergesehen. Und das muss ich jetzt genau so machen, weil da findet man Diamanten in unter 2 Minuten. So, ich habe jetzt einen Stein geförmt. Oh mein Gott, wir haben wie durch Zauberhand nach dem Schnitt Diamanten gefunden. Das ist so unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell und vor allem auf Höhe 52 Diamanten finde. Ich bin so glücklich. Das war es dann aber auch schon von der ersten Folge von Let's Play Minecraft. So, und jetzt mache ich noch ein Gewinnspiel, das eh nicht funktionieren wird, weil ich eh niemals einen Gewinner ziehen werde. Wenn ihr jetzt dieses Video liked, kommentiert und abonniert, dann bekommt ihr, wenn ihr das macht, bekommt einer von euch 10.000 V-Bucks in Fortnite. Und dazu bekommt ihr noch diesen Spitzer, der was vor zwei Wochen noch voll mit Kotze war, weil jemand draufgekotzt hat. Schöne Grüße an Michi. So, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert. Oh mein Gott, mein Handy hat... So, natürlich noch total professionell hier im Video. WhatsApp-Nachrichten beantwortet. Und ja, genau. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Video. Tschau. Ist das Ding schon aus? Ist das Ding schon aus? Oh, hoppla, jetzt sind mir die Kamera angekommen.